Hallo zusammen, Sunto hat mich diese Woche ein wenig überrascht, denn Sunto hat einen eigenen Routenplaner für die Web-Oberfläche herausgebracht. Früher, wenn du für deine Uhren hier Routenplanen wolltest, musst du das hier über die Sunto-App am Handy machen. Das kannst du jetzt auch entspannt am PC durchführen und wenn du keine Sunto-Uhr haben solltest, kannst du den Routenplaner dennoch nutzen, weil du kannst die geplanten Routen dann auch per GBX exportieren. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das mal im Live-Betrieb an. Den Routenplaner selbst findet ihr dann auf routenplaner.sunto.com. Dann kommt ihr hier direkt auch auf die Karte, die ist sehr aufgeräumt. Ihr seht auch links hier das Sunto-Branding, beziehungsweise links unten ist das Menü. Einmal könnt ihr euch natürlich hier ausrichten, wo ihr gerade seid. Auf der rechten Seite findet ihr dann die Möglichkeit, einmal hier GBX-Dateien zu speichern, beziehungsweise ihr könnt auch Routen hochladen, falls ihr eine GBX-Datei habt. Das ist auch möglich und ihr könnt natürlich auch eure Routen teilen, beziehungsweise das Konto anmelden. Rechts oben gibt es dann die verschiedenen Karten, beziehungsweise auch einen 2D- und 3D-Modus und natürlich auch die Heatmap, aber das schauen wir uns dann gleich hier mal im Detail an. Aber ich würde sagen, dann werfen wir einen ersten Blick auf die Möglichkeiten, mit welchen Karten ihr planen könnt. Dafür geht ihr rechts oben dann einfach auf den Button. Sehen wir jetzt hier, wir haben die klassische Outdoor-Karte. Ihr könnt es auch mal ein bisschen reinzoomen. Ich habe jetzt extra mal so die Berge ausgewählt. Und dann bekommt ihr auch so einen kleinen Überblick angezeigt, wie das hier aktuell aussieht. Habt ihr auch die ganzen Höhenlinien, beziehungsweise Skipisten. Und wenn wir auf Satellit gehen, bekommt ihr natürlich einmal die Satelliten-Anzeige angezeigt. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, hier eine ganz normale Helle-Karte zu verwenden, wenn das für euch etwas leichter fällt, zu planen. Ihr habt auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt hier auf den Dunkelmodus gehen, diese wird ebenfalls mit unterstützt, als natürlich dann auch den Wintermodus. Sehen wir jetzt hier zum Beispiel die Skipisten sehr gut, die blauen und die roten Pisten. Und natürlich gibt es dann auch noch das Lawinengelände. Kann man ganz gut sehen, wo hier deine Lawinengefahr ist, falls du dann hier irgendwo in den Bergen unterwegs weinen solltest. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die finnischen Karten, falls das für dich wichtig ist. Die werden hier ebenfalls mit unterstützt. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal hier auf dem Outdoor-Bereich nach. Und wir können auch noch mal kurz auf den 3D-Modus gehen. Den wählen wir jetzt auch aus. Dann sehen wir es auch hier gleich. Dann bekommt ihr das Ganze nochmal ein bisschen besser dargestellt, falls für euch das etwas besser ist. Das heißt also, ihr könnt natürlich auch den Satellitenkarten-Modus benutzen, den 3D-Modus. Das ist natürlich auch möglich, falls es für die Planung für dich etwas leichter fällt. Wenn wir dann auf den Modus wieder zurückgehen, beziehungsweise Outdoor auswählen, könnt ihr dann auch sehen, dass wenn wir jetzt hier rechts auf dieses Feuersymbol gehen, da bekommt ihr nämlich die Heatmaps angezeigt, die wir von Zoom-Glo kennen. Ihr habt einmal die Möglichkeit von verschiedenen Sportarten diese auszuwählen. Ihr seht auch hier, Skitouren ist mit dabei. Laufen, aber auch Trailrunning. Wenn ihr es jetzt einfach mal auswählen, dann bekommt ihr zum Beispiel Strecken angezeigt. Das ist jetzt vielleicht kein guter Ort. Gehen wir einfach mal kurz nach einem anderen Punkt hier. Sehen wir dann auch hier eine Strecke, die hier hoch geht. Oder es gibt dann auch die Möglichkeit zum Beispiel zum Mountainbiken. Sehen wir hier, bekommen wir dann andere Strecken angezeigt. Oder zum Beispiel dann hier, wenn wir auf Skilanglauf gehen. Da sehen wir dann auch die Läupen, die es hier so gibt, die dann sehr viel befahren werden. Oder zum Beispiel Skitouren ist natürlich auch möglich. Sehen wir auch hier die Skitourstrecken, die angeboten werden. Ihr habt auch die Möglichkeiten, dann hier mit der Heatmaps einzustellen, wie stark das Ganze sein soll. Wir sehen hier, wir können es auch ein bisschen schwächer machen. Dann seht ihr auch die Strecken direkt. Aber nicht nur Heatmaps werden angeboten. Wir bekommen unten dann auch noch ein weiteres Menü. Zum Beispiel Routing auswählen. Hier könnt ihr nämlich entscheiden, ob ihr frei zeichnen wollt. Je Straße oder Weg. Alle Straßentypen und Hügel vermeiden. Alle Straßentypen oder asphaltierte Straßen. Gerade letzteres ist natürlich für Rennradfahrer sehr interessant. Wir lassen jetzt aber mal jede Straße und jeden Weg. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr euch verplant habt, hier zurückzugehen. Wir können es einfach mal kurz hier planen. Dann sehen wir hier, wenn ich einfach zurückgehe, dann sind auch die Strecken schon entfernt. Und zu guter Letzt gibt es dann auch die Möglichkeit, die Route umzukehren. Das ist hier unten dann möglich. Aber ich würde sagen, wir planen jetzt einfach mal eine Strecke. Und ich habe jetzt einfach hier mal Trailrunning ausgewählt als Heatmap. Und würde sagen, starten wir unten einfach hier an der Ortsfeuerwehr. Wir sind jetzt gerade hier irgendwo in den Bergen. Und wir sind auch hier. Ich habe jetzt hier ein Fadenkreuz, bei dem ich jetzt einfach hier mit der linken Maustaste drauf drücke. Dann wähle ich hier einen Punkt aus. In dem Fall ist es jetzt A. Dann sage ich einfach, der nächste Punkt ist hier. Sehen wir auch hier schon. Er wählt dann auch direkt den Trail aus. Dann gehen wir hier hoch. Und ich drücke einfach immer nur auf die Maustaste. Und dann wird es hier automatisch verbunden. Du hast aber natürlich auch die Möglichkeit, wenn du sagst, okay, ich möchte hier so eine Spitzkehre laufen, dann wird hier auch mal so ein blauer Punkt angeboten. Das ist jetzt mit der Maus drüber. Und das können wir natürlich auch hier hinziehen. Und dann wird die Strecke dann auch angepasst. Beziehungsweise das können wir dann einfach hier hinziehen. Dann ist es auch hier passend. Und so habt ihr die Möglichkeit hier ganz einfach, ohne groß auf der App was einzustellen, das hier auch über den Webbrowser zu planen. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, hm, was sind das denn hier für Anstiege? Wir sehen links unten jetzt einmal hier den Kilometerstand. 6,58 Kilometer. 1075 Höhenmeter sind das schon. Es gibt dann auch hier unten einen Pfeilbutton. Da drücken wir jetzt drauf. Und hier bekommt ihr nämlich dann den Berg angezeigt. Beziehungsweise die Möglichkeit dafür. Da hast du dann auch die Möglichkeit, weitere Einstellungen vorzunehmen. Hier rechts gibt es nämlich dann einen Button. Da sehen wir jetzt auch hier schon. Deutsch, beziehungsweise Metrik und Imperial könnt ihr einstellen. Und für den einen oder anderen, wo es vielleicht interessant ist, könnt ihr auch hier die verschiedenen Kartenformate auswählen. Beziehungsweise, ja, Koordinatentypen, falls das für euch hier ein wichtiger, relevanter Punkt ist. Würde ich sagen, dann planen wir ganz kurz die Strecke noch weiter. Wir gehen dann wieder hier runter. Gehen wir hier entlang. Und dann ist da auch die Strecke schon beendet. Ihr habt natürlich einmal die Möglichkeit, die Strecke in Gänze anzuschauen. Dafür gehen wir hier unten auf den Button. Da drücken wir jetzt drauf. Und dann sehen wir jetzt hier auch schon eine Gesamtübersicht der Strecke. So sieht es entsprechend dann aus. Wir sehen auch natürlich auch nochmal hier den gesamten Verlauf des Anstieges, den wir hier haben. Und ihr habt auch die Möglichkeit, nun wie gesagt, die Strecke umzukehren. Wir sehen, hier unten ist jetzt A beim Startpunkt, B beim Endpunkt. Und wenn ich jetzt einfach umkehre, dann hat sich A und B gewechselt. Das heißt also, wir starten hier oben am Berg und kommen hier runter dann ins Tal. Jetzt ist natürlich der spannende Punkt, was kann ich damit alles machen? Zu einem kannst du natürlich jetzt einmal die GPX-Dateien exportieren. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier auf den Button hier unten gehen, mit dem Pfeil, dann sagen wir einfach GPX speichern. Und dann sehen wir hier, möchten wir Downloads erlauben. Dann sagen wir ja, möchte ich haben. Und dann wird die GPX-Datei auch schon exportiert. Und ihr könnt sie dann für andere Programme verwenden. Oder auch für andere Sportuhren, wenn du es machen möchtest. Das geht dann natürlich auch. Das Spannendste ist aber natürlich hier, das auch auf deine Sunduhr zu bringen. Das ist auch ganz einfach möglich. Dafür gehst du einmal hier auf das Männchen drauf. Und da kommen wir dann auch schon in den Anmeldebereich. Und hier meldet ihr einfach euer Konto an. Sobald ihr die Anmeldung durchgeführt habt, wird auch noch gefragt, ob ihr das Ganze autorisieren möchtet. Dann sagen wir ja. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir jetzt hier das Konto verbunden. Das sehen wir hier auch mit so einem kleinen Pfeil an dem Männchen. Und nun habt ihr die Möglichkeit, die Route nach Sunduhr zu übertragen. Das wäre in diesem Fall hier der Pfeil nach oben. Da drücken wir drauf. Und dann geben wir dem Ganzen noch einen Namen. Und dann gehen wir jetzt einfach auf Hochladen. Und dann sehen wir auch rechts oben schon, dass die Strecke hochgeladen worden ist. Und wir sehen diese dann auch in der Sunduhr-App. Ja, da sind wir dann auch schon direkt hier in der Sunduhr-App. Um euch die Route dann anzuschauen, beziehungsweise auf die Uhr zu übertragen, geht ihr einfach hier auf die Karte. Das wählen wir jetzt aus. Dann geht ihr hier auf die Favoriten. Und da sehen wir auch schon hier direkt die Strecke, die wir geplant haben. Das wählen wir dann aus. Es gibt dann einen kleinen Vorteil hier direkt in der App. Und zwar bekommt ihr nämlich die Steigung hier farblich angezeigt. Das haben wir auf der Web-Oberfläche leider nicht. Unten seht ihr dann auch die Ressource, der Routenplaner. Und hier seht ihr auch die Strecke, die wir geplant haben. Ihr könnt natürlich auch auf die drei Punkte gehen und die Route nochmal anpassen. Das ist natürlich auch möglich. Was wir dann nicht haben, ist die aktivierte Turn-by-Turn-Navigation. Also das heißt abbiegenweise. Das müsst ihr hier nochmal aktivieren, damit diese dann auch angezeigt werden. Wir sehen auch hier, werden die abbiegenweise direkt eingefügt. Wenn wir es rausnehmen, sehen wir die blauen Pfeile nicht. Und wenn ihr es auf die Uhr verwenden möchtet, dann müsst ihr hier sagen, mit Uhr verwenden. Und dann wird es bei der nächsten Synchronisation mit der Uhr synchronisiert. Jetzt habt ihr aber nicht nur die Möglichkeiten, die Routen direkt nach Sumto hochzuladen oder zu übertragen. Du hast auch die Möglichkeit, wenn du schon Routen geplant hast, diese hier auf den Routenplaner zu importieren. Dafür gibt es nämlich hier auch den Favoriten, Wimpel oder Wappen, dieses Zeichen. Da gehen wir jetzt einfach drauf. Und hier bekommt ihr alle Routen angezeigt, die momentan bei euch auf der Datenbank liegen. Wir nehmen uns einfach mal die Vertical-2-Runde. Die wählen wir jetzt aus. Dann sehen wir hier, die Rute wird direkt geladen. Und habt ihr auch nochmal hier die Möglichkeit, euch die Rute anzuschauen beziehungsweise diese dann natürlich auch zu bearbeiten. Das ist natürlich dann auch hier möglich. Ich persönlich finde aber die Nachbearbeitung der Strecke jetzt hier so nicht gelungen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel die Strecke hier anpassen, sehen wir hier oben, ich möchte zum Beispiel jetzt einen größeren Bogen laufen, nehmen wir einfach mal hier den Teil, werden wir gleich sehen, wird nämlich A und B ausgewählt. Das heißt also, es gibt hier oben gar nicht so wirklich den Punkt, und wenn ich das hier hinziehe, dann ist das nämlich ein Punkt, beziehungsweise er nimmt den B-Teil nicht so richtig mit. Das bedeutet, ihr müsst den B-Teil nochmal irgendwie hier setzen und die Strecke dann nachplanen. Und so habt ihr nochmal die Möglichkeit, hier Anpassungen durchzuführen. Aber da musst du auf jeden Fall noch ein bisschen nacharbeiten. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es auf jeden Fall eine sehr bequeme und angenehme Art und Weise, jetzt hier auch die Strecken für Sunto zu planen. Und woraus nicht zwingend das Handy, vor allem wenn du ein kleines Handy hast, und kannst es auch hier auf der großen Web-Oberfläche machen. Ja, ich wollte euch an dieser Stelle einfach nur zeigen, dass es die Möglichkeit nun gibt. Du kannst auch gerne einen Kommentar schreiben, was du von der neuen Web-Oberfläche hältst. Ist es eine Möglichkeit für dich zu planen oder auch nicht? Schreib es mal gerne in den Kommentaren. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema Sunto sehen möchtest, ich habe auch mal die Vertical 2 getestet, das verlinke ich dir unten mal, da kannst du mal reinschauen. Beziehungsweise gibt es auch eine Playlist rund um Sunto. Ich habe noch weitere Ruhren getestet, da kannst du mal schauen, was es sonst noch alles gibt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich, der Algorithmus. Ansonsten bedanke ich dir Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.